Vicky Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vicky Stammtisch. Heute zu Gast Robert Radtke. Wir sitzen im Wikibär, das ist der neue Treffpunkt der Wikipedianer in Berlin. Der ist noch ein bisschen unergerichtet. Ein großer Beamer hängt schon drin, aber das schaltet noch ein bisschen. Und wir, das ist kurz nach sechs, so ab sieben Uhr, sollen hier ein Treffen der Wikipedianer stattfinden. Es kann sein, dass schon ein paar Leute eher eintogeln und nicht mit den Hintergrundgeräuschen bitte nicht stören lassen. Auf jeden Fall habe ich mich mit Robert jetzt hier getroffen, damit wir endlich mal eine Episode aufnehmen. Weil Robert ist schon eine Weile aus unserer gemeinsamen Präsidiumszeit, WGB der Deutschland. Und ich würde gerne mal so hören, was du zu erzählen hast und noch ein paar Themen ansprechen, die ein bisschen kritischer sind. Das ist dann immer das viel Spannendere für die Hörer, glaube ich. Aber wir machen den normalen Einstieg. Robert, stell dich doch mal vor. Hallo Sebastian. Ich danke dir, dass du mich hier eingeladen hast zum Vicky Stammtisch. Mein Name, wie gesagt, ist Robert Radtke, sowohl in der Wikipedia als auch im realen Leben. Und ich bin 45 Jahre alt und bin zur Wikipedia gekommen, gar nicht über die Wikipedia, sondern über das Media-Wiki, also tatsächlich über die Anwendung. Vielleicht noch ein bisschen so zu meinem Leben. Ich komme aus Süddeutschland. Ich bin in Freiburg geboren, da unten in der Ecke dann aufgewachsen. Könnt man gar nicht. Ach, lügt nicht. Und das war die falsche Ecke. Und bin dort unten, wie gesagt, aufgewachsen und auch zur Schule gegangen. Bin dann zum Studium nach Kaiserslautern und Berlin. Was hast du studiert? Wirtschaftsingenieur. Ich habe dann nochmal zwischendrin eine Unterbrechung gehabt, weil ich dann in ein elterliches Unternehmen musste. Da war Not am Manne und das heißt, da habe ich einen Aufzugsbau. Klingt unspektakulär, ist aber gar nicht so unspannend, weil man eben in so einem kleinen Unternehmen dann von Einkauf, Verkauf, die ganze Projektplanung, die ganze Projektdurchführung, dann natürlich auch die Wartungsgeschichten, dass man also das laufende Geschäft, die Reparaturaufnahme, was musste überhaupt getan werden. Da hat man also ziemlich viele Themen, die ineinander greifen und wo man Menschen informiert halten muss auf einem gemeinsamen Stand. Das heißt, das ist im Grunde genommen viel Telefonarbeit, aber auch dann viel Fußarbeit. Da musst du zu den Baustellen beispielsweise hin, zu den Kunden hin und das kostet alles unheimlich viel Zeit. Einige Zeit später, dann hat mich eigentlich ein Freund von mir, der Martin, angesprochen. Er ist in seinen Projekten darüber gestolpert, dass er unheimlich viele Werkzeuge braucht und mit vielen Menschen sprechen muss und eben schwierig zu Ergebnissen kommt. Das heißt, er muss immer so Jungler sein zwischen Systemen, zwischen Menschen und zwischen Dokumentationen und das Wissen verknüpfen. Und da ist er auf die Wikis gekommen, Wikipedia kannten wir natürlich beide, aber und meinte, das ist doch für Projekte was Großartiges. Und so ist dann das Unternehmen entstanden, was wir gegründet haben. Also im Grunde genommen sind wir sehr technisch auf diese ganze Sache gekommen und nicht sehr emotional über, ich will einen Artikel schreiben, über ein Thema, was mir am Herzen liegt. Ja, schon technisch. Und du bist aus der Firma wieder raus, aus der Fahrstuhlfirma. Ja, da bin ich wieder raus. Das war dann eine Umstellungsphase. Die Firma, muss man dazu sagen, die wurde dann verkauft. Deswegen war da auch Notanmanne und die musste verkauft werden. Gründe sind vielfältig. Abend füllend. Genau. Und auch Schnee von gestern. Und dann bist du möglichst weit weg dann nach Berlin. Und ich war ja schon vorher in Berlin. Ich war dann sozusagen nochmal eine Zeit lang wieder da unten im Freiburgraum und bin dann wieder nach Berlin zurück. Ich hatte sogar meine Wohnung dann noch in Berlin und bin dann hier wieder gelandet. Und dann haben wir eben die Firma gegründet. Das war in Berlin dann. Das war dann in Berlin. Das war dann 2007. Das war eine Software zu schreiben. Ja, wir dachten uns, das ist alles viel einfacher natürlich. Das läuft ja alles von ganz alleine. Die rennen uns die Bude ein. Wir hatten sogar einen sehr, 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 sehr großen Plan, den ich nach wie vor immer noch charmant finde, aber der doch Investments in größerer Größenordnung nach sich ziehen würde. Also die Idee ist einfach, Wikis eignen sich dazu, Menschen auf einem gemeinsamen Wissensstand zu halten. Jeder kann beitragen. Jeder kann etwas hinzutun. Und gleichzeitig bleiben alle auf dem gleichen Wissensstand. Das, was heutzutage mühsam in Unternehmen mit Meetings gemacht wird, dass immer wieder die Leute werden in den Meetings, werden Aufgaben verteilt und dann werden die irgendwie abgearbeitet oder auch nicht. Und dann werden E-Mails rumgeschickt. Ich brauche von dir noch diese Daten und jene Daten. Und im Endeffekt läuft der Wissensstand der Gruppe wieder auseinander. Und dann muss wieder ein Wissen in ein Meeting gemacht werden, um die alle wieder zusammenzuholen. Und das geht schneller. Das geht deutlich, deutlich einfacher. Was wir bei der Gründungsidee noch wollten, ist gleich ein ganzes SAP-System anschließen. Also minimale Datenerhebung, minimale Datenmengen zu verarbeiten. Das funktioniert technisch. Da haben wir technische Machbarkeiten auch geprüft und sogar erste Schnittstellen programmiert. Aber was dann fehlt, sind die Kunden, die da gleich drauf anspringen. Das ist so ein großer Gedanke, dass man eben das reine Faktenwissen, also zum Beispiel über Lagerbestände, über Controllingzahlen etc., dass man die in einem Wiki zur Verfügung stellt. Und in einem Wiki sowas zur Verfügung stellen wiederum geht allerdings auch nur, wenn man dort strukturierte Daten verarbeiten kann. Das heißt, es geht theoretisch schon praktisch eher nicht, wenn man jetzt nur im Plain-Text arbeitet. Da wird man wahnsinnig. Das geht immer nur mit so Kleinstbeständen, so 30 Artikel oder sowas passt noch rein. Genau, aber ich kann nicht größere Datenmengen noch pflegen, wenn alles Text ist. Also das heißt, man braucht etwas, was das auch kann. Und das ist natürlich dann Semantik-Media-Wiki wiederum, das dann obendrauf sitzt. Oder war es damals, würdest du heute mit Wikidata das machen? Eher noch nicht mit Wikidata. Ich hatte zweimal Wikidata-Leute hier und die sagten mir auch, dass es eigentlich nicht dafür vorgesehen ist, irgendwo anders installiert zu werden, oder? Geht bestimmt. Also man kann garantiert alles irgendwie umbauen. Mir ist es noch in der Bedienung zu unfreundlich. Das heißt, das ist mir noch zur Zeit zu weit vom Benutzer weg. Und wenn ich Kunden ansprechen möchte, ist es sowieso schon schwierig mit Media-Wiki. Also das heißt, wenn man da noch Hürden aufbaut, das geht gar nicht. Also mit Semantik habe ich schon schöne Möglichkeiten, mit Formularen zu arbeiten und die sehen gut aus. Das Wikidata wird ja immer so als Nachfolger von Semantik-Media-Wiki bezeichnet. Ist es für die Idee eines Wikidata sicher. Aber das ist ja das Spannende, weswegen ich auch nicht unbedingt hier mal haben wollte. Semantik-Media-Wiki ist eine eigene Welt. Ich denke mal, das vertiefen wir gleich noch ein bisschen. Vielleicht sage ich noch zwei, drei Sätze dann als Brücke. Die ursprüngliche Idee von Semantik-Media-Wiki, die ganz, ganz ursprüngliche Idee, wenn ich es richtig verstanden habe, war, die Kategorien ablösen. Mehr wollten die eigentlich gar nicht. Ich muss sagen, es geht also um die Wikipedia-Artikel in dem Fall und die Bilder auch. Und die Artikel sollten irgendwie sortiert werden. Also es gab schon sehr früh das Bedürfnis, das zu tun. Zuerst wurden Listen angelegt, indem man dann die Artikel verlinkt hat. Und dann hat jemand die Idee gehabt, eben Kategorien einzuführen. Seiten wurden einer Kategorie hinzugefügt. Genau. Aber auch das funktioniert nur über Plaintext. Man muss halt in jeden Artikel von Hand reinschreiben, dieser Artikel ist jetzt in der Kategorie. Und das ist extrem schlecht zu bedienen. Genau. Und was natürlich dann Semantik von Hause aus zum Beispiel kann, ist, wenn ich zwei Kategorien habe, dass ich sage, gib mir alle Bilder, die der Kategorie X und Y zugeordnet sind. Das heißt, diese logischen Abfragen kommen natürlich sowieso alle dazu. Und sie wollten weg von den Kategorien hin zu semantischen Attributen, also dass ich mehr Attribute verteile, dass ich eben auch gucken kann, was heute Wikidata eben auch anstrebt, dass ich das, was in den Boxen steht in der Wikipedia, dann auch auswerten kann. Die Liste aller Präsidenten der Welt oder irgendwie sowas. Und du musst sie nicht von Hand pflegen, sondern... Aller weiblichen Präsidenten. Und wenn du willst, auch noch aller weiblichen. Von 1945. Richtig. Und genau das kann dann eben Semantik MediaWiki auch. Weshalb Wikidata dann in die Welt kam, ist die Skalierbarkeit, wenn ich es richtig verstanden habe. Wobei auch Semantik schon sehr große Datenmengen verträgt, wobei ich dann schon die Bedenken auch verstehe, die die Macher von Wikidata hatten, die ja auch teilweise identisch sind, darf man ja nicht vergessen. Die haben ja zuerst, die haben ja nicht im luftleeren Raum Wikidata gemacht, sondern gerade Danny war ja auch... MediaWiki-Mann, der dann... Danny Franetschitz war auch der, der Wikidata ganz am Anfang schon im Grunde und mitgegründet hat, der war ja auch bei Semantik MediaWiki dabei. Genau. Deswegen, die haben ja das ja nicht... Da bin ich ja ein Waisenknabe gegen diese Fachleute. Also das ist ja... Muss man ja mal so sagen. Ich bin ja technisch nicht so tief dann in der Thematik. Vielleicht nochmal ganz kurz dann der Bogen. Also wie gesagt, wir haben uns dann in der Firma, die Pläne waren sehr hochtrabend, wir haben uns dann ein bisschen reduziert. Wir konzentrieren uns heute viel stärker auf das Projektmanagement. Wir sind also viel stärker dabei zu sagen, wir brauchen jetzt nicht gleich ein SAP-System nebendran, sondern eben, wie bringe ich Menschen zusammen, die ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Projekt verfolgen. Dort haben wir Projekte gemacht bei einem großen Automobilbauer, da ging es um Visualisierung von Fahrzeugdaten. Das kann man sich so vorstellen, das war im Grunde genommen Filmestellen, die her für den internen Gebrauch. Ein Ingenieur kommt an und sagt, ich habe eine ganz tolle Idee und das muss der Vorstand wissen. Und das ist schwierig in der Kommunikation. Und dieser große Automobilbauer stellt dann zum Beispiel einen Film her über das Thema. Damit der Vorstand sich da Filmchen angucken kann. Naja, es ist überspitzt formuliert, aber damit man eben auch die Innovation, zum Beispiel, was ist ein ausziehbarer Ladeboden? War mal vor Jahren, ich weiß gar nicht, ob das realisiert wurde, aber was ist die Innovation daran? Was verbessert sich? Und so was zum Beispiel. Und damit man nicht immer das Rad neu erfinden muss, haben wir dort die Wiederverwendbarkeit insbesondere verbessert. Und dadurch konnten die Mitarbeiter viel schneller sehen, zum Beispiel die Knöpfe von dem Interieur haben wir dort schon verwendet, die muss ich jetzt wiederverwenden. Wo sind die? Wo sind die bearbeitenden Versionen? Wo sind schon die fertigen, abgenommenen Versionen? Und das kann man natürlich in so einem Projektmanagement wunderbar darstellen. Und da konnten wir denen auch sehr helfen. Wir haben sowas schon umgesetzt für eine Papiermaschine. Da ging es dann mehr um die Wartungsthemen. Das wäre also für mich im Aufzugsbau sehr hilfreich gewesen, wenn ich sozusagen vom Architekten bis hin auch zu anderen Firmen, die auf so einer Baustelle arbeiten, die Informationen gehabt hätte. Ich wäre jetzt immer interessiert, wann wird der Estrich gelegt, wann ist der Fliesenleger im Haus, wann kann ich Räume nicht betreten. Wie oft kam man auf eine Baustelle, der Lkw stand vor der Tür, du musstest das Material ablagen und hattest gar keinen Zugang zum Haus, weil einer mit dem Bagger ein Loch vorne dran gebuddelt hatte. Und du dich fragtest, wie kriege ich jetzt meine paar Tonnen Material in das Haus rein. Und es passiert am laufenden Band auf den Baustellen. Das ist organisiertes Chaos. Und da mehr Übersicht zu haben, da hätte ich mich damals sehr drüber gefreut. Und das betrifft, wie gesagt, sehr, sehr viele Bereiche. Und nochmal zurück zu dem großen Automobilbauer mit den Filmen. Inwieweit spielt der Semantik-Media-Wiki noch Rolle? Die Projekte werden in dem Wiki abgelegt und bearbeitet, nicht nur dokumentiert, sondern bearbeitet. Und wir haben also das gesamte Projektmanagement dort über die Semantik abgebildet. Bedeutet, als Motor haben wir den Besprechungskreislauf ist sinnvoll, also den kann es durchaus geben. Aber die Abstände könnten mal etwas größer werden von den Besprechungen, die müssen nicht dauernd stattfinden. Und innerhalb der Besprechung des Kreislaufes wurden Maßnahmen festgelegt, Maßnahmen definiert, wer sie umsetzt, gespeichert. Und die wurden dann auch wieder gleich auf Vorlage gesetzt, wenn es dann fällig war. Sodass also regelmäßig die Leute wussten, was sie zu tun hatten. Die Mitarbeiter haben das im Wiki abgearbeitet, im Wiki abgelegt, die Arbeitsergebnisse. Und haben sie dann, die Fälligkeit war, auch wieder im Team kurz präsentiert. Ich habe das gemacht oder ich konnte es nicht machen, weil dann hatte natürlich die Abteilungsleitung eine eigene Übersicht. Wo stehen die einzelnen Aufgaben, die einzelnen Maßnahmen? Wie weit sind die abgearbeitet? Sind die im Zeitplan? Und selbst der Chef der Organisationseinheit hat dann gesehen, wie dann in den einzelnen Abteilungen die Projekte laufen. Also das heißt, es war mehrstufig dann die Informationen, aber auch gleichzeitig die Möglichkeit immer zu sagen, ich nehme mir Dokumente aus anderen Projekten. Die muss man ja sich nur verlinken. Die hat man ja dann schnell zur Hand. Vor allem auch war immer gewährleistet, dass ähnliche Projekte, Vorgängerprojekte, es gab ja auch gerne mal Projekte, die aufeinander aufbauten, dass die sofort mit einem Klick erreichbar waren und die waren ja wieder gleich strukturiert. Das heißt, die Struktur blieb immer die gleiche und das heißt, die Mitarbeiter fanden sich immer sehr schnell wieder zurecht, selbst wenn sie an einem Vorgängerprojekt nicht gearbeitet haben, wo sie was finden. Und damit war nicht nur die Dokumentation gewährleistet, weil die Dokumentation entstand im Arbeiten. Es gab keine Nachdokumentation. Dokumentation war beim Arbeiten erledigt. Und das ist auch ein Riesenvorteil von so einem Arbeiten. Alle, die Dokumentationen anfertigen müssen, sollten mal da ganz genau hinhören und jetzt hier schreien. Okay. Also Manic Media Wiki ist ja erstmal so ein leeres Blatt, wenn ich das installiere. Das heißt, ihr musstet erstmal Datenstrukturen entwerfen, sodass es, also kannst du erzählen, wie so ein Projekt abläuft, so ein Kundenprojekt? Ja, kann ich schon erzählen, nur ich weiß nicht, fällt mir ein bisschen schwer, die Worte dann so richtig zu wählen, dass das irgendwie plastisch wird, ohne zu technisch langweilig zu werden. Ich kann ja nochmal sagen, was ich mir erhoffe, weil diese andere Media Wiki ist ja erstmal nur, wenn ich mir das jetzt selber installiere, Datenbank und ich kann irgendwelche Felder einfliegen. Das ist ja noch kein Projektmanagement-System. Also was wir dann auch bereitstellen, das sind im Grunde genommen Vorlagen, also wir können, du gibst einen neuen Projektnamen ein und er erstellt gleich Reiter mit und fragt dich dann in dem Formular die ersten semantischen Daten ab. Wer soll eigentlich mitarbeiten in dem Projekt? Welchen Zeitraum hat das? Was können die Felder auch anpassen? Also was sind relevante, was weiß ich, Kunden oder ist es ein Kundenprojekt oder sowas? Also es sind dann zum Beispiel Sachen, die abgefragt werden können und also es gibt meistens ein Formular am Anfang und dann legen wir gleich eine ganze Projektstruktur an. Also das heißt, wir legen dann auch gleich ganze Seitenstrukturen an, je nach Kundenwunsch und die sind ja dann auch erstmal gleich. Die kann man natürlich anpassen. Jetzt so Vicky, wenn also sagt, der hat jetzt aber einen Reiter zu wenig, in dem Projekt brauchen wir einen Reiter mehr, dann macht einen dazu. Von mir aus ist mir erstmal egal, aber sie haben erstmal immer die gleichen Strukturen und die Projekte, wie gesagt, können auch aufeinander aufbauen, sodass man dann immer wieder gleich die, sich gleich zurechtfindet. Was wir jetzt noch so als Schmankerl haben, ist zum Beispiel so Sachen wie, einen kleinen Parse haben wir geschrieben. Das heißt zum Beispiel während so einem Meeting, wenn du da so ein Protokoll, wenn du so Protokollant bist, da kannst du ganz schnell nur To-Do reinschreiben und das kurz beschreiben und Verantwortlichen eingeben. Es ist sehr, sehr simpel gemacht und wenn du es dann speichern drückst, wird es gleich als Seite gespeichert, für das To-Do, was der Mitarbeiter hat, wird ihm gleich zugeordnet. Auf seiner Seite sieht er, dass er ein neues To-Do hat, wie schön. Und auf der Projektseite sieht man auch, dass das da ist. Und man sieht auch, in welchem Meeting es entstanden ist. Also das ist sofort vernetzt vorhanden. Das können auch andere Softwares auch, oder? Bestimmt können das auch andere Softwares, aber was ist jetzt der Vorteil von Semantik Media-Wiki? Also von Media-Wiki grundsätzlich ist die Kommunikation der Vorteil. Es ist ein Kommunikationstool. Also wenn ich jetzt gerade, wir werden ganz gerne verglichen mit ERP-Systemen. ERP-Systeme sind nicht zur Kommunikation geeignet. Sie sind zum Pflegen von Feldern geeignet. Das ist so, als wenn ich jetzt, also die meisten ERP-Systeme kommen aus dem Controlling-Bereich. Das heißt, da werden Zahlen gepflegt, da werden Finanzdaten gepflegt, da werden Lagerbestände gepflegt. Das sind alles nur Zahlen. Aber die Kommunikation zwischen den Menschen, da sagen die immer, ja, da haben wir doch ein Textfeld. Am besten kriegt man die SAP gerade von den ganz großen Systemen immer dazu. Das sagt, so, jetzt such doch mal was in deinem System. Such doch mal was. Da scheitern dann schon die User eigentlich regelmäßig dran. Also die Kommunikation bei Media-Wiki, vielleicht sollte ich dazu nochmal einen Satz sagen. Ich persönlich, meine Meinung ist, dass die Wikis eine Ausprägung einer neuen Kommunikationsform sind. Wie Sprache, wie Schrift, Gestik. Und wir diese Sprache aber noch nicht gut beherrschen. Das bezieht sich vielleicht viel weiter noch auf diesen sogenannten Web 2.0 Raum. Vielleicht lernen wir gerade wenigstens Benehmen in diesem Raum. Ich erinnere mich, ich möchte auf die aktuellen politischen Debatten mal verweisen, wo es darum geht, wie umgegangen wird in den Netzwerken. Und wenn ich an Wikipedia denke, da ist immer noch nicht alles gut. Aber wir hatten ja auch früher fürchterliche Auseinandersetzungen. Die waren ja noch viel schlimmer als heute. Habe ich so in Erinnerung zumindest. Das war ja, dass dort auch vielleicht so ein Wandel und Bewusstseinswerdung mal einsetzt. Aber ich behaupte, das ist eine eigene Kommunikationsform. Und ich glaube auch, das ist die Stärke, aber auch gleichzeitig die Schwäche. Es braucht Zeit zum Umstellen. Das, was ich dachte bei der Firmengründung, das geht doch ganz schnell, die rennen uns die Buhne ein. Das ist ja genial, die Idee. Nein, dass man in Gruppen kommunizieren kann gleichzeitig, ist was Neues. Das heißt, du bist mit deiner Firma der Kommunikationslernfähigkeit voraus. Du musst noch eine Generation abwarten. Ja, ich dachte nur eine Generation, aber vielleicht täusche ich mich da mittlerweile auch. Also du merkst, ich bin da so ein bisschen desillusioniert. Aber nichtsdestotrotz glaube ich an diesen Weg. Ich glaube auch, dass wir dadurch andere, neue Effekte haben. Also wir leben immer noch auch in der IT eigentlich den Buchdruck. Wir speichern was in Dokumenten ab. Das ist eigentlich völlig abwegig. Warum soll ich Wissen in Sammlungen verstecken, wo verschiedenes Wissen drin ist? Wikipedia hat natürlich Glück. Dadurch, dass sie ein Lexikon sind, haben sie immer ein kleines Thema, was sie behandeln. Und wenn es zu groß wird, also wenn ein Artikel zu lang wird, dann macht man Unterartikel auf und verlinkt auf den. Das heißt, man bleibt immer in kleinen Wissenshappen. Und das ist auch gut so. Und das muss man sich mal weiterdenken auf die normalen, zum Beispiel wissenschaftliche Veröffentlichungen. Da werden, bisher war es immer so, ein Wissenschaftler veröffentlicht etwas in einem Artikel, in einem Magazin, in einem Journal. Und dann können die anderen wieder loslaufen und den erweitern, verbessern. Nee, die können nur darauf aufbauen. Ja, oder darauf aufbauen, ja. Aber erst dann, wenn er veröffentlicht ist. Es kann nicht schon im Prozess Teile der Erkenntnisse, wenn zum Beispiel Messreihen gemacht wurden, genutzt werden für andere Sachen. Das funktioniert nicht. Das ist der Papierprozess. Das ist der Dokumentenprozess. Wir leben den immer noch. Wir leben den überall. Und da, glaube ich, sind Wikis einfach einen Schritt weiter. Dokumente sind nicht die Lösung. Dokumente sind das Problem. Ich habe das bei Lotus Notes schon erlebt und auch bei Wiki, dass Leute, die eben mit dieser offenen Kommunikation nicht klarkamen, dann Texte in Word-Dateien oder PDFs gespeichert haben und die dann ins Wiki oder nach Lotus Notes hochgeladen haben. Lotus Notes konnte das dann irgendwann auch durchsuchen. Dadurch war es wieder halbwegs verfügbar, aber verlinkbar war es nicht und das war schwierig. Und das war auch so typisch, das ist so wie E-Mail ausdrucken, ist dann halt Dokumente in einem Wiki oder das Nutzer halt ablegen. Vor allem habe ich in den Dokumenten oft eine Sammlung von vielen Wissensbausteinen. Kann ich da nicht aufteilen. Genau. Wenn ich die dann sinnvoll, wenn man dann schon wieder anfängt, wir vertecken jetzt einfach die Dokumente. Oh Gott, Leute, nein. Dazu musst du erst die Wissensbausteine auseinandernehmen. Und die Wissensbausteine vertecken, verlinken, was auch immer. Aber das Dokument ist dann in dem Fall eigentlich das Problem für mich und nicht die Lösung. Und da grenzen wir uns halt komplett ab. Und das muss man auch immer kommunizieren. Und das ist unheimlich schwer zu kommunizieren. Wikipedia hast du gerade sehr gelobt, aber da kenne ich auch Artikel, wo dann in Unterüberschriften eigene Lämmer eigentlich abgearbeitet werden. Wo beispielsweise geht es um eine Universität und da gibt es einen Unterabschnitt über die Geschichte des Gebäudes. Und ich finde immer, das gehört in einen extra Artikel, einfach damit man darauf verlinken kann. Hast du sicherlich recht, dass es sowas gibt. Aber von der Grundstruktur erstmal, ein Lexikon ist da sehr ein dankbares Objekt. Und vor allem ein Lexikon ohne Platzprobleme, was sich also immer weiter erweitern kann. Und Sebastian, ist so wicke. Feel free. Mach deinen Lämmer draus. Du musst ein bisschen warten, bis der Besitzer des Artikels verstorben ist. Und dann kann ich dann richtig machen. Vielleicht. Das heißt, du hast immer noch die Firma, die du während deiner Studienzeit gegründet hast. Ja, wir haben mal umfirmiert, aber im Prinzip ja. Im Prinzip ja. Hast du noch Projekte, von denen du erzählen möchtest? Naja, achso, vielleicht das habe ich ein bisschen übergangen in meinem Lebenslauf. Ich bin auch immer ehrenamtlich aktiv gewesen in meiner Jugend im Schachbereich. Ich bin also schon, bin auch Schachspieler und Schachschiedsrichter. Schachschiedsrichter ist vielleicht erwähnt. Wollen Sie da eine Prüfung ablegen? Da muss man eine Prüfung ablegen. Ich bin mittlerweile sogar einer der Schiedsrichter, der international geprüft wurde. Das heißt, ich bin von dem Weltschachverband anerkannt als Schiedsrichter. Gibt es nur einen Verband oder ist es wie beim Boxstum? Es gab mal zwei Verbände, aber das hat sich wieder aufgelöst. Es gibt mittlerweile nur einen Verband. Also einen Weltschachverband. Ja, mit dem schönen Motto Gens Unasumus. Wir sind eine Familie. Ach, wie schön. Wie schön. So, die viele, ja, wie gesagt, ich bin bei denen sogar anerkannt. Darf damit alle Turniere leiten. Erzähl mir mehr von Schach. Ist das osteuropäisch dominiert? Ja, wobei aber weltweit Schach gespielt wird. Es gibt Schwerpunkte natürlich in Osteuropa. Schwach, schwächer ist Afrika. Und im asiatischen Raum ist vielleicht so das Südostasiatische noch ein bisschen schwächer. Wobei Indien und China sehr, sehr starke Schachnationen sind. Aber auch Indien boomt sowieso durch den Ex-Weltmeister Viswanathan Anand. Aber auch China, dort übrigens ist Frauenschach interessanterweise mit der sehr starken Spielerin Hu Jifan und auch weiteren. Die spielen Frauen anders an als Männer? Tja. Weil du gerade Frauenschach sagst. Ja, das ist ganz ulkig beim Schach. Also es spielen wahnsinnig viel weniger Frauen Schach als Männer. Erstmal die Anzahl ist einfach mal viel geringer. Und in der absoluten Weltelite findet man auch sehr wenige Frauen. Also das ist dann noch mal, wie nennt sich das, unterproportionaler? Weiß ich gar nicht, wie man so einen Satz gesagt. Also das ist, und ich habe keine Erklärung für die Gründe. Also wirklich nicht. Hat das mit körperlich Durchhaltevermögen oder sowas zu tun? Manchmal vielleicht mit so einem Killerinstinkt oder so. Vielleicht manchmal. Aber ich hätte mich jetzt nur interessiert. Ich habe keine Erklärung und ich glaube auch nicht, dass es wirklich wissenschaftliche Erklärungen gibt, die, ich sollte ja mehr über Schach erzählen, naja, wie gesagt, deswegen, aber die Frauen holen auf, positive Entwicklungen auch mal erwähnen. Also die erste Frau, die wirklich in die Weltelite vortragen war, eine Ungarin, die Judith Polger, die hat da noch irgendwann gar nicht mehr gegen Frauen gespielt. Also die hat sich, die wollte das auch gar nicht mehr mit Frauenturnieren oder sowas teilnehmen. Also, und wie gesagt, die aktuellen, gerade die chinesischen Spielerinnen, schließen dahin langsam wieder auf. Aber es gibt da immer noch einen Spalten, der sehr groß ist. Du bist also internationaler Schachschiedsrichter? Offiziell heißt der Titel Fiederarbeiter. Arbeiter ist ein etwas altertümlicher Begriff für den Referee. Und du nimmst dann an, wie ist das aufgebaut? Gibt es so eine Weltmeisterschaft oder gibt es da so eine Bundesliga? Ja, ja, die Bundesliga, es war gerade jetzt über das Wochenende zum 1. Mai hin, also Samstag, Sonntag, Montag war das ja, die Schachbundesliga in Berlin. Und zwar die komplette erste Liga, der Damen und der Herren. Das waren also 100, rund 100 Schachspieler oder Bretter, nee, Schachspieler, die in einem Raum waren, in einem Hotel waren. Und ich war einer der Schiedsrichter, der dort zuständig war. Und da war auch absolute Weltelite dabei. Also es konnte dann zum Beispiel am Samstag, war Ex-Feldmeister Karpov ist vielleicht ein Begriff, der saß am Brett. Und wir haben da so ein Größes in der Bundesliga, der wurde auch Meister, die Baden-Baden oder eigentlich heißen die OSA Schachverein. Ach, ich kriege den Namen nicht zusammen, Entschuldigung. Die hatten dann zum Beispiel auch Ex-Feldmeister Anand da. Der durfte dann am Samstag sein Brett suchen. Also das ist so, meistens spielen die starken Spieler vorne, die etwas schwächeren hinten. Das sind Achtermannschaften. Und der nahm dann an Brett vier Platz. Also wenn so ein absolute Weltelite-Spieler an Brett vier spielt, und man sich überlegt, da sind drei Stärkere vorne dran, da kommt man dann schon ins Grübeln. Also das war er dann auch nicht gewohnt, dass meine Mannschaft, also das war dann die ersten vier Bretter. Also wenn es so Schach-Olympiaden sind, das sind ja nur Vierer-Mannschaften, Nationen-Mannschaften, dann mit den ersten vier Brettern gewinnt man eine Schach-Olympiade, Punkt. Also ist so. Und da konnten, hatten die Zuschauer schon einiges zu gucken, war schon spannend, wird alles im Internet übertragen. Ich weiß nicht, wie hoch die Zugriffszahlen waren. Gibt es da Zinnapplaus oder Fernsehsinge? Nein, es muss leider ziemlich still sein. Das ist so ein Problem beim Schach, dass du daneben stehst und eigentlich jetzt über die Partie quatschen willst mit den anderen, die da drumherum stehen. Und das darfst du nicht. Und das darfst du natürlich nicht. Also sagen wir es mal so, nicht, dass du denen kluge Ratschläge geben würdest, dieser Weltelite. Das dumme Geplapper wird die halt nur stören. Das darf man jetzt nicht vergessen. Wir müssen jetzt verstehen, was da passiert. Die Hinweise, die man den Spielern geben kann, die sind nicht wirklich gut. Also darf man nicht vergessen. Aber helfen kann man eben nur mit Computern lehnen. Das ist übrigens auch ein großes Thema. Das ist übrigens eine der Hauptaufgaben der Schiedsrichter auch, die Augen offen zu halten, ob man Hinweise auf Doping findet. Und das ist nur Computerdoping. Ganz skurrile Sache. Aber chemisches Doping gibt es doch sicherlich auch. Oder ist das irgendwie verboten, auch Putschmittel? Ja, Schach möchte gerne olympisch werden. Schach musste dazu die Dopingrichtlinien unterschreiben des internationalen olympischen Komitees, beziehungsweise dieser internationalen Dopingvereinbarung, wo natürlich alle schönen Dopingmittelmittel dieser Welt drinstehen, Anabolika und Pipapo. Das haben die einfach mal getan. Die haben immer gesagt, liebe Leute, wir können das doch nicht unterschreiben, das ist Quatsch bei uns. Wir müssen andere Sachen reinschreiben und Anabolika rauslassen. Der Anabolika frisst beim Schach, das ist völlig uninteressant, ob der Muskeln hat oder nicht. Ob er Boden hat. Uninteressant. Und da haben die einfach gesagt, nö, 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 waren ziemlich stur. Und da hat das mal der Weltstraferband einfach unterschrieben. Und dann kamen auf einmal die Dopingbehörden und sagten, was macht ihr denn jetzt? Jetzt müssen wir bei euch Dopingkontrollen durchführen, das ist doch völliger Unsinn. Also ihr arbeitet dran. Und da fiel das das erste Mal auf. Aber Schach hatte einen sehr schweren Stand, muss man dazu sagen. Olympisch zu werden. Nur das eigentliche Doping, was es gibt, ist Computerdoping. Und theoretisch, wie gesagt, ist alles Doping verboten. Es werden auch ab und zu bei großen Turnieren Dopingproben durchgeführt. Computerdopingproben? Nein. Pipiproben? Pipiproben. Kein Witz. Und zu den chemischen Substanzen. Also wenn es eine chemische Substanz macht, die dich klüger, intelligenter, wacher, wie auch immer, also im Sinne von geistig aufnehmungsfähiger macht, überlegt mal, wer sie nicht nehmen würde. Die würde die ganze Welt fressen. Na, die Studenten nehmen doch alles Mögliche. Ja, ja, ob es dann aber hilft, ist eine andere Frage. Das ist, wenn es etwas wirklich hilft. Dann, wenn das jemand erfindet, der ist jetzt schon reich, sozusagen. Ja, das nimmt nicht nur die Hälfte, so nach dem Motto der Menschheit. Das ist nicht nur ein Medikament für die Hälfte, was mal ziemlich berühmt wurde und eine Firma reich gemacht hat, sondern das hat gleich 100 Prozent der Bevölkerung als Zielgruppe. Wie ist das Sponsoring? Wie ist das Sponsoring mit dem Schach? Schlecht, sehr schlecht. Bauernverband vielleicht? Springer, Reiterverband, Adelsverband? Gar keine schlechte Idee. Sollte man mal ansprechen. Bauernverband wäre nicht schlecht. Die können da Könige geschlagen, also das ist schon... Schlagen können sie nicht, die können sie aber matt setzen. Matt setzen. Es gibt ein schönes, von den deutschen Schachjungs, fand ich ein wunderbares Bild von so einem Schachbauern, der stand drunter. Der König, der Bauer trat kühn für den König und sagte, Schach. Fand ich sehr schön. Nee, aber sehr schlecht, Schach hat ein positives Image, aber für das positive Image braucht man Schach nicht sponsern. Man nimmt es sich einfach. Man macht auf dem Werbeplakat einfach eine Schachfigur drauf. Also deswegen ist es gerade in dem Werbebereich sehr schwer, Sponsoren zu finden. Ich bin da, ich hatte ja, ich schweife ja ununterbrochen ab, wir waren ja bei dem Thema eigentlich hier ehrenamtliche Tätigkeit und so. Da, wie gesagt, habe ich in der Jugend schon, ich bin auch jetzt in einem Vorstand von einem Verein, der sich auf die Fahne geschrieben hat, eben Schachveranstaltungen zu organisieren. Und wir haben wenigstens eine große Hotelkette bekommen im Sponsoring. Das ist schon nicht so schlecht. Also das heißt, das ist natürlich dann mehr so ein bisschen geben und nehmen. Wir können dann, wenn der Veranstalter bei denen durchführen, kriegen wir bessere Konditionen. Das ist natürlich schon immer interessant, so etwas. Aber das ist ja so ein bisschen mehr geben und nehmen. Das hat jetzt nichts mit Zugriffszahlen auf den Webseiten und Werbung an Plakaten oder sowas zu tun. Also da muss man sich von den klassischen Werbeideen... Aber wenn ich an Formel 1 denke, ich meine, da fahren stundenlang Autos im Kreis. Wenn du auf einer Tribüne sitzt, dann siehst du immer ein paar Sekunden ein Auto vorbeihuschen und dann eine ganze Weile nichts. Im Fernsehen wird aber dann immer gezeigt, wie Autos ineinander krachen und wie Fahrer wild lenken. Wie wäre das beim Schach? Gibt es bei euch Todesfälle? Schach ist die gefährlichste Sportart der Welt. Ach. Ach. Es gibt keine Sportart, bei der so viele bei der Ausübung ihres Sports sterben. Ach. Warum? Ja, ich freue mich jetzt auf die Erklärung. Warum? Ganz einfach. Schach kann man in jedem Alter spielen. Ach so. Wir haben schlicht und ergreifend sehr alte Spieler. Und eigentlich kennt jeder Schachverein die Geschichte, wie schon tragischerweise jemand aus dem Verein mal bei einem Turnier zusammengebrochen ist und tot war. Also das ist eine gängige Geschichte. Also das ist jetzt keine Legende. Das kommt einfach daher. Und das ist übrigens eine sehr, sehr, sehr schöne Sache beim Schach. Dass du wirklich in Turnieren halt regelmäßig, so bei großen Opens, hast du Spieler von 5 bis 100. Also bis 95. Ja, bis 95 dann eher. Aber du hast dann oft solche Diskreprenzen und die spielen alle zusammen. Und das hat insofern keine Grenzen. Und natürlich, wie gesagt, es gibt regelmäßig Todesfälle im Schach. So, jetzt sind wir ein bisschen traurig geworden. Als nächstes frage ich mal was Interessantes. Gibt es Wikis beim Schach? Es gibt Wikis beim Schach, ja. Also es gibt auf ein paar Seiten mehr so als Glossar und als Erklärungsseiten werden dann Wikis eingesetzt. Aber Wikis beim Schach noch nicht wirklich. Also man kann im Wiki Schach Partien darstellen? Doch, das kann man, ja, 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 das kann man. Ja, klar, logisch. Man kann Stellungen darstellen im Wesentlichen. Du hast in den Weltverband noch nicht dazu gebracht einen semantischen Media-Wiki. Ja, da sehe ich jetzt noch nicht den richtigen Mehrwert. Weil, wie gesagt, als Kommunikationsmittel jetzt, um irgendwas gemeinsam abzustimmen, um irgendwas gemeinsam voranzubringen, ist es doch nicht so, dass Wikis jetzt mal eine erste Wahl wären. Also da gibt es vielleicht doch technisch andere Lösungen auch mal. Ja, aber ansonsten versuchst du ja Semantik-Media-Wiki unterzubringen, wo es geht. Ja. Ich habe immer noch den Spruch in den Ohren, du kennst die Lösung für alles. Ja, klar. Natürlich, wenn man einen Hammer hat, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Also ich habe wieder mal aus der SMW-Con so viele tolle Beispiele gehört. Für was für Semantik-Media-Wiki-Con, die immer halbjährlich in Europa und in Nordamerika stattfindet. Und da treffen sich alle Semantik-Media-Wiki-Jünger. Treffen sich die Semantik-Media-Wiki-Jünger. Und Jüngerinnen. Und die schmoren ganz schön in eigenem Saft. Da werden Lösungen präsentiert, wo ich immer dran denke, ja wie geil ist das denn? Also Beispiele. Natürlich die tollen Sachen, die ich auch mal dann zeige. Aber die Formulare, wenn man sich vorstellt, ein Formular im Wiki kann man ausfüllen, kann man abspeichern, hat es auf der Seite, kann es anreichern in dem Wiki. Aber da hat tatsächlich einer auch einen PDF-Creator gebaut, dass das gleich als PDF hinten rausfällt. Finde ich total irre. Weil das klingt erstmal so absurd, aber ich glaube, dass man, wenn man einerseits sozusagen die Bearbeitung von etwas hat, was man hinten dann weiter bearbeiten muss, was weitergehen muss. Und andererseits aber irgendwo die Leute dann immer noch an diesem Stück Papier hängen, kann man es hingeben. Und die sind sogar so weit gegangen, dass sie bestehende PDF-Dokumente, das war glaube ich noch ein bisschen wackerlich, aber genommen haben und dort die Felder markiert haben, wo was rein soll. Also das fand ich ganz spannend, dass man da sozusagen nach dem Motto, ah du willst ein PDF, ja ich mach dir auch ein PDF. Also die Richtung kannst du haben, brauchst du zwar nicht mehr, aber wenn es dich glücklich macht. Nein, aber die haben zur Verwaltung in öffentlichen, in Museen, die haben Projekte vorgestellt, wo ich immer gedacht habe, und das hören jetzt alles Leute, die Semantik Media Wiki kennen. Das ist so traurig. Das müssten eigentlich die Leute hören, die es noch nicht kennen. Das müssten die Leute hören, die jetzt vielleicht die Wikipedia kennen und schon toll finden, dass man dort alles mögliche reinschreiben kann. Aber wenn ich halt jede Liste von Hand pflegen muss, wenn ich halt keine Auswertung fahren kann, der Gestalt, dass ich Ergebnislisten habe. Was könnte ich aus der Wikipedia für ein schönes Beispiel nehmen, es werden immer die Hauptstädte und sowas, werden da immer genommen. Schulix. Schulix würde ich es mal aussprechen. Wir haben geschrieben, ich sag mal geschrieben, Schulix mit zwei U. Wir haben uns in unserer Firma mal die Schulen orientiert. Der Grund war, dass wir dort nicht nur gesehen haben, dass also die Zusammenarbeit in den Schulen, beziehungsweise die Heranführung an solchen gemeinsamen Arbeitsthemen auch in Schulen gehört. Das heißt, man kann Web 2.0 nicht als Frontalunterricht gestalten, war so unser Hintergedanke, sondern man muss Web 2.0 leben. Das ist, was wir schon hatten über die Kommunikation, Kommunikationsform lernen. Genau wie man schreiben lernen muss, muss man Web 2.0 lernen. Und da wäre natürlich Wikis eine Methode und da sind wir eben darauf gekommen, sozusagen ein Framework den Schulen anzubieten, um Projekte oder auch das Schulklassenleben, dafür eignet es sich natürlich sehr gut, abzubilden. Das heißt, jede Klasse kriegt ihr eigenes Wiki als abgeschlossenen Raum, sodass die Schüler sich untereinander austoben können. Das ist natürlich auch ein Raum. Klar machen die ihre WhatsApp-Gruppen auf, klar machen die ihre Facebook-Gruppen auf, aber in der Schulgruppe können sie erstens mal niemanden ausschließen und der Lehrer hat auch noch einen Blick drauf. Ganz spannend fand ich übrigens, es gab dann immer Diskussionen, dürfen die Eltern drauf gucken? Und dort war dann die Regelung, die sich so durchgesetzt hat, glaube ich meistens, war, naja, wenn dir dein Kind das Passwort verrät, dann verrät es dir dein Kind. Das ist natürlich auch schnell geändert, ne? Aber das war so, nachdem die Jüngeren dann meistens haben den Eltern das Passwort gegeben und dann konnte auch sein, dass es irgendwann mal endete. Ich gehe davon aus, dass Kinder da weniger Schranken haben, weil sie auch noch weniger eingeschult sind. Und dann in vorher bestehender Kommunikationsform und auch viel mehr Spieltrieb haben. Red weiter. Nee, ich wollte jetzt dieses schöne Gluckergeräusch, weil du dir was zu trinken eingießt. Ich versuche das möglichst geräuscharm zu machen. Aber ehe du hier mehr vertrocknest, stell jetzt die Klasche auch noch, ist super geräuschlos hingestellt. Okay, die Kinder spielen damit rum und kommen da sehr gut rein. Aber muss das nicht auch irgendwie betreut werden? Ich glaube nicht, dass das ein Selbstläufer ist. Der Lehrer muss vor allem mitmachen oder die Schule, ich weiß nicht. Hürden sind natürlich engagierte Lehrer, ist völlig klar. Aber Haupthürden sind eigentlich auch, dass die Technik, also die reine Bereitstellung kostet natürlich auch immer irgendwas. Dies ist gar nicht so teuer, nur das sind Investitionen. Da haben die Schulen kein großes Budget. Was viel einfacher ist, ist Unterricht in der Form durchzuführen. Also wenn jemand Wikis unterrichten würde oder auch die Benutzung oder auch Beispiele geben würde, für solche Sachen ist viel eher Geld da. Also da gibt es Budgets, aber für Investitionen ist es viel schwieriger. Das heißt, da scheitert und dann natürlich hat man immer das Problem, man muss mit allen Ländern einzeln quasi arbeiten, muss mit jeder Schule einzeln arbeiten. Da brauchst du auch einen wahnsinns Vertriebsaufwand. Ach, Länder meinst du jetzt Bundesländer? Bundesländer, klar. Ja, das ist ja auch noch in jedem Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das ist auch ein Wahnsinnsaufwand. Da ist jetzt Deutschland vielleicht nicht gerade so der günstigste Nährboden von der Struktur, damit sich sowas durchsetzen kann. Das sind ja Niederlande oder sowas. Ja, da hatten wir dann auch wieder Sprachgrenzen in unserer kleinen Firma. Wir sind ja wirklich nicht viele. Und deswegen sind wir da so ein bisschen an der Wand gelaufen auch. Also du merkst, wir haben so ein paar Wände, haben wir schon ausgetestet. Aber das entmutigt mich eigentlich nicht. Ich meine, in Schulen, Arduino, das spielt immer mehr so eine Rolle, diese Computerplattform, der kleine Computer, das kommt so langsam, geht so langsam den Weg. Linux war ja auch mal sowas für Eingeweihte. Da hat man sich auf Kongressen getroffen, sich das gegenseitig erzählt. Was meinst du, und jetzt könnt ihr mal überlegen, was war der Durchbruch für Linux eigentlich? Der Durchbruch für Linux? Du kannst mir Fragen stellen. Ja, also es wurde immer professioneller. Man musste dann nicht mehr Insiderwissen haben, sondern man konnte es einfach installieren, genau wie Windows. Das war, denke ich, der Zeitpunkt, wo dann auch die breite Massenanwendung eingesetzt hat. Ubuntu kannst du heute installieren. Ja. Sogar besser als Windows. Wie ich ja wieder. Ich würde den Durchbruch eigentlich dann sogar eher bei sowas wie Android sehen. Also ich meine, den Endgültigen-Server hatten sie schon durchgebrochen, klar, völlig klar. Bei den Profis im Massenmarkt, also im Anwendermarkt, das ist ja dann erst mit Android angekommen, würde ich sagen. Achso, dass jeder das benutzt. Ich meine, als Betriebssystem, Wahnsinn-Late-Follower. Also vorher gab es nur die ganzen Closed-Systeme, Microsoft und, und, und. Aber damit sind sie ein Late-Follower im Markt gewesen. Und als Late-Follower noch so einen Einstieg dann hinzubekommen als Open-Source-Software. Da glaube ich, ist Open-Source auch mit ein Grund dafür, dass sie sich durchgesetzt haben. Also was oft als Hinderung angesehen wird, sehe ich eigentlich als Stärke an. Und ich glaube auch, dass Open-Source-Systeme ihre Marktanteile weltweit im Software-Bereich steigern werden. Also das ist so eine Tendenz, die ich denke, dass jetzt die eintritt. Und wann kommt jetzt der große Durchbruch? Naja, der große Durchbruch. Für Media-Wiki. Nee, für Semantik Media-Wiki. Für Semantik, also für Media-Wiki und Semantik Media-Wiki. Media-Wiki hat auch keinen großen, hat Wikipedia. Media-Wiki ist auf dem absteigenden Ast. Es wird vergessen, es ist verkümmert. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, Wiki an sich, man hatte sein Auflackern, viele haben die Chancen gesehen. Und das wird nicht gefördert. Es gibt keine Institutionen, die sich um Wikis kümmert, die Wikis voranbringt. Die Zusammenarbeit, also es gibt bei Media-Wiki ja nur Wikipedia im Grunde genommen als großer Leuchtturm, der alle stützt. Ist auch ein Nachteil wieder von Media-Wiki, weil alle immer nur Wikipedia sehen und nicht die anderen Möglichkeiten, die dahinter sind. Das ist richtig. Aber es gibt diesen Leuchtturm und solange es Wikipedia gibt, gibt es auch noch die Software. Aber das ist natürlich auch die Achillesferse, völlig klar. Keine Ahnung, ob mit Wikipedia jemals was passieren wird, aber es kann. Was meinst du, dass es passiert? Naja, dass ein Lexikon noch besser wird. Dass es einen Ablöser gibt. Ich meine, Wikipedia hat alle gedruckten Lexikas der Welt abgelöst. Ich würde eher sagen, Google war das. Nun ja, aber als Lexikon jetzt erstmal schon die Wikipedia, aber dass Google die Ergebnisse nach oben gepusht hat, eine Zeit lang. Überhaupt hat das gedruckte Lexikon abgelöst. Sie hätten das abwehren können. Es gibt Speziallexika, die sich durchsetzen. In der Gruppe der Britanniker wird auch nicht mehr gedruckt, aber online existieren sie sehr gut sogar. Während die Deutsche Brockhaus sich stolz brüstet, jetzt auch ein Kinderlexikon haben. Man muss dann dazu nur in die Bibliothek gehen und mit seinem Bibliotheksausweis kann man sich dann dort am Computer einloggen und das Kinderlexikon lesen. Ach was. So viel hat Brockhaus jetzt verstanden vom Internet. Ach was. Und haben auch Lexikon noch freundlich auf Twitter einen schönen Gruß geschrieben, so von Kumpel zu Kumpel. Also die Hörer können es meiner hochgezogenen Augenbrauen nicht sehen, deswegen sage ich das mal. Gut, ich schweife ab, aber ist die Semantik-Media-Wiki und Wikis, haben die überhaupt noch eine Chance? Doch, ich denke schon, weil es einfach schon fertige Produkte gibt, fertige Lösungen gibt und ich weiß, dass es alle über die gleichen Probleme stöhnen. Alle stöhnen über ihre E-Mail-Flut, alle stöhnen darüber, dass sie keine Übersichtlichkeit in ihren Projekten haben, alle stöhnen darüber, dass ihre File-Server voll sind. Über stundenlange Meetings. Dass man nichts wiederfindet. Und wenn man ihnen dann ein Angebot macht, dann sagt er, wir haben keine Zeit. Das ist immer so nach dem Motto, das ist unser Hauptwettbewerber, do nothing, sagen wir immer, das ist unser Hauptwettbewerber. Nein, wir tun dann doch lieber nichts. Das ist immer so nach dem Motto, ich habe keine Zeit, die Säge zu schärfen, ich muss sägen. Ja, gut, was soll ich da sagen? Und ich glaube, dass da eben einfach noch so ein Tick fehlt, dass da wirklich Musik drin ist. Vielleicht fehlt da auch eine Leuchtturmanwendung für Semantik-Media-Wiki. Da fehlt so ein Leuchtturm und da glaube ich, irgendwo wird das mal durchbrechen und dann kommt da auch mehr hinterher. Also das ist vielleicht mal, das kann mal passieren, dass es eine ganze Branche ist. Das ist einfach, dann wird das wiederum als so Branchenlösung wieder wahrgenommen. Aber innerhalb dieser Branchenlösung, dass dann so ein Unternehmen vielleicht genug Power hatte, auch rauszubrechen. Und es gibt im Unternehmens, es ist halt so, im Unternehmenskontext kriegt halt dann doch immer wieder einer die Aufgabe, ja, wir müssen jetzt ein Wiki haben und dann wird aber nicht festgelegt, eigentlich wozu, was macht das Wiki? Es ist dann nur ein Wiki als Wiki. Und wenn sie dann sagen, immer als Nachschlagewerk, also gut, wenn du ein Unternehmen bist, was Nachschlagewerke produziert, dann nimm ein Wiki, um Nachschlagewerke zu produzieren. Aber wenn du ein anderes Unternehmen bist, wenn du mal ein Maschinenbauer bist und dann sagst, ja, wir brauchen jetzt ein Wiki als Nachschlagewerk. Nein, ihr braucht ein Wikis, um Maschinen zu bauen. Geht ihr auf Maschinenbaumessen, um Symantec Media Wiki als Lösung anzubieten? Wir messen sind nicht ganz preiswert. Wir gehen nicht so oft auf Messen, aber wir sprechen mit vielen auch aus diesem Bereich Maschinenbau. Und wir sind ein bisschen automobillastig immer noch aufgestellt. Aufgrund der guten Erfahrungen? Naja, auch aufgrund von dann persönlichen Kontakten einfach. Aber der Maschinenbaubereich ist hochinteressant und da haben wir auch gerade aktuell Kontakte. Und es gibt aber auch andere interessante Bereiche. Es beschränkt sich eben nicht auf diese Bereiche, wo es wirklich hands-on dann irgend so ein fertiges Produkt hinten raus ist. Es können auch virtuelle Produkte sein. Also, zum Beispiel der ganze Bereich der Anwälte ist hochinteressant, ist hochspannend. Weil? Weil die einen hohen Bedarf an Wissen haben. Weil die einen hohen Bedarf an Wissen und Wissensmanagement haben und dieses immer wieder neu sammeln und immer wieder neu anordnen müssen. Ach so. Oder Personalmanagement, oder? Ja, da habe ich jetzt zum Beispiel gar keinen Zugang zu. Also, da bin ich jetzt zum Beispiel, da bin ich jetzt persönlich einfach viel zu weit weg, um dort eine Vision zu haben, wie man dort jetzt so Wikis und sowas einsetzen kann. Wir hatten mal interessanterweise eine Anfrage so als Expertennetzwerk. Also, welcher… Wer kann denn ungarisch? Wer ist für was Experte in unserem Unternehmen? Das ist natürlich sofort ersichtlich, wie sowas funktionieren kann für mich. Also, das ist mir völlig klar. Und wie man dort auch immer sofort relevante Ergebnisse haben kann für die Anwendungsfälle, die man hat und Vorschläge bekommen kann über die Semantik. Die Semantik kann ja eigentlich noch ein bisschen mehr als wir listen. Die kann man auch in der Suche einsetzen, weil das ja alles logische Verknüpfungen sind. Das heißt, da kann man auch in der Suche einige präzisere Ergebnisse finden als mit der Volltextsuche. Und genau solche Sachen wären dann in solchen Fällen natürlich relevant, klar. Du hast jetzt von der SMW-Con, Samuel, Martha, Wilhelm, Con, jetzt erzählt, es klingt so, als ob man da mal hinfahren sollte, sich das anschauen sollte, um einfach mal ein paar Anwendungsbeispiele zu sehen und auf Ideen zu kommen, wofür man das… Unbedingt, unbedingt. Im Grunde genommen, wie gesagt, eigentlich sollten die hin, die das eigentlich gar nicht kennen, beziehungsweise die vielleicht die Idee Wikis und gemeinsames Arbeiten und ach, damit kann man Projekte machen, ach, damit kann man vielleicht solche Sachen… Ist das für die zu nerdig? Es ist teilweise ein bisschen nerdig, aber die Beispiele waren eigentlich alle nicht schlecht erklärt, weil es wirklich konkrete Beispiele waren. Gibt es auch auf YouTube? Gibt es auch auf YouTube, da sind die, da sind die, der größte Teil der Vorträge vorhanden. Jetzt habe ich natürlich genau die Webseite, da können wir das in den Text irgendwie verlinken. Das machen wir in die Shownotes rein. Genau, da verlinken wir das, das ist eine gute Idee. Und da war, die letzte war in Frankfurt und die nächste findet dann wieder im Herbst in… Müssen wir auch in die Shownotes reinschreiben. Stadt. Ja, Punkt. Wer zum Beispiel mal ein großartiges Beispiel schon vor ein paar Jahren mal gebracht hat, aber das fällt mir jetzt gerade wieder ein, die NASA war mal in Wien und hat dann auch erwähnt, zum Beispiel, dass ein Außeneinsatz eines deutschen Astronauten, der war damals oben, zum Beispiel mit Media-Wiki vorbereitet wurde, mit Semantik-Media-Wiki natürlich. Für die ist es unheimlich wichtig, zum Beispiel Werkzeuge. Also Werkzeuge, Werkzeuge müssen wahnsinnig präzise beschrieben sein, weil das sind oft, die haben da so ein völlig seltsames Werkzeug dann abgebildet, aber erstmal, wie sieht das aus? Das heißt dann, war irgendein Ratchet, also und wie sieht das überhaupt aus? Ich hätte es nicht als Werkzeug erkannt, das Bild, sagen wir es mal so. Und da geht zum Beispiel wirklich Gewicht auf Gramm oder unter Grammniveau, glaube ich, und dann auch genau, wo es in der ISS zu finden ist. Also die ganz präzise Beschreibung und es gibt Metadaten über einfache Werkzeuge im Grunde genommen. Und das dann aber auch zu finden und darzustellen und das haben die zum Beispiel dann auch mal präsentiert. Das ist jetzt nicht für unsere irdischen Anwendungen, aber es war unheimlich spannend und unheimlich plastisch, wo man sich aber auch vorstellen kann, eben so an einer großen Maschine, wie ist die aufgebaut? Wie sind die Wartungsintervalle, beziehungsweise es tritt ein Problem auf, ein elektrisches Problem in der Nachtschicht? Und das muss dann am Tag behoben werden. Es wurde jetzt nur notdürftig gepflegt oder übergangen, wie auch immer, die Maschine läuft weiter. Und diese Information eben einfach abzulegen an der Maschine, zu sagen, dort ist ein Problem und liebe Tagschicht, ihr müsst es erledigen, ist schon ein Stück weit Projektmanagement. Und das muss ja auch dann wieder später zurückfließen in eine Wissensdatenbank, in eine Wissensbasis, wie oft passiert da was, aber auch dann eben, wie haben wir letztes Mal das Problem gelöst? Hey, das ist schon mal aufgetreten, oh, da haben wir eine Lösung, das hat ja nur so lange gehalten, da müssen wir eine andere Lösung finden. Also auch dieses sofort den Leuten zur Verfügung stellen, dieses Wissen an der Maschine, sowas ist dann semantische Anwendung. Und im Hintergrund läuft ein Media-Wiki, die Wissensdatenbasis. Ich habe dir jetzt die ganze Zeit mit großer Begeisterung zugehört. Wieso bist du ins Präsidium von Wikimedia-Deutschland gegangen? Nicht, dass das irgendwie schlecht wäre, aber ich finde den Bogen jetzt nicht sozusagen. Der Bogen war eigentlich dadurch, dass ich mich immer eher ehrenamtlich engagiert hatte und ich in der Phase dann auch den Eindruck hatte, dass sich gar nicht so viele gemeldet hatten. Ich glaube, in meiner Wahl gab es nicht so viel Auswahl. Und ich gedacht habe, das kann ja nie wahr sein. Wir müssen doch da irgendwie im Präsidium auch zusammen, beziehungsweise es war ja noch Vorstand. Es war ja der letzte Vorstand, der offizielle. Und da bin ich dann dazu eigentlich ein bisschen reingeschlaubert. Aber ich bin ja kein Artikelschreiber. Ich bin ja niemand, also ich habe mir immer gesagt, du musst doch auch irgendwie dieses großartige Projekt unterstützen. Aber wo kannst du es überhaupt unterstützen? Also deine Motivation, da reinzugehen, war zum einen eben dann der Media-Wiki-Affinität, auch dein ehrenamtliches Engagement und auch Wikipedia unterstützen. Genau. Aber dort eben dann auch die technischen Sachen. Also ich bin ja, bin zwar kein Programmierer, aber dann technisch doch nicht völlig unbeleckt. Aber ich bin zum Beispiel eben gerade kein Artikelschreiber. Deswegen habe ich ja auch dort nicht viele Veröffentlichungen, weil ich bin lausig als Schriftsteller. Du musst dich nicht dafür entschuldigen. Nee, es ist halt einfach so. Und mir liegt es halt vielmehr eher, etwas zu organisieren oder Leute zusammenzuführen dann in einem Projekt. Das interessiert mich auch viel mehr. Du warst elf Monate drin. Ja, das waren elf Monate. Und hast du was erreicht? Ich habe mich orientiert im Präsidium, habe ein paar Kontakte gemacht und in die Phase fiel interessanterweise gerade der Start von Wikidata. Das heißt, ich war gar nicht lange da im Amt und dann gab es ja immer diese Ressortaufteilung und dort war ich dann auch eingetragen für die Technik. Und das heißt, es kam dann bei mir als erstes vom Vorstand auf den Tisch. Ja, wir haben da ein Projekt, wir würden das ganz gerne machen, WMDE. Und es gibt eine Finanzierung aus den USA. Oho. Und das führte dann zu einer Telefonkonferenz zwischen dem Geschäftsführer, noch ein zweites Vorstandsmitglied war dabei und den hatten wir schon benannt, Denny Franedjic, der das vorgestellt hatte dann auch in dem Augenblick. Und dort wurde dann auch relativ schnell, wurde da schon, ich weiß nicht, ob wir es in dem ersten, aber ich denke mal, es wurde nur gesagt, dass die Finanzierung gesichert war. Ich glaube, Einnahme fiel schon. Der da, egal. Auf jeden Fall, da habe ich natürlich erst mal immer gedacht, oh ja gut, vielleicht entwickeln sie Semantik weiter, aber vielleicht auch was ganz Neues. Aber da war ich natürlich so, haben sie natürlich genau in Richtung getroffen durch Zufall, weil ich natürlich sofort begeistert war. Und die hatten wohl erwartet, dass sie mich, dass sie die zwei Vorstandsmitglieder überzeugen müssen. Und dass sie, wenn jeder offene Türen erinnert, haben sie, glaube ich, nicht so ganz erwartet. Und habe dann auch im Vorstand dafür geredet, weil ich einfach diese Verbindung dieser festen Daten, dieser Metadaten mit dem Text für sinnvoll erachte. Und das jetzt, wie gesagt, in der Wikipedia weiß ich, gibt es große Auseinandersetzungen, ob das genutzt wird. Und im Jahr war es dann gut. Ja, ich habe mich zwar zur Wiederwahl gestellt, aber wir haben auch dafür gesorgt in den elf Monaten, dass es Alternativen gab. Das heißt, wir haben ja aktiv Leute angesprochen, sich doch bitte zur Wahl zu stellen. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Aber andererseits, man darf nicht vergessen, diese dann Präsidiumsarbeit, jetzt davor noch Vorstandsarbeit, ist eine heidene Arbeit. Das ist wirklich viel, viel, viel Zeit, die das in Anspruch nimmt. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich begeistert bin von dem Output, der dabei rauskommt. Und auch nicht in meiner Amtszeit, und ich weiß nicht, wie sich das geändert hat. Das will ich jetzt nicht beurteilen, aber naja, das ist ein anderes Thema. Aber du bist ja ehrenamtlich im Wikipedia-Umfeld aktiv geblieben und bist auch noch aktiv. Zum Beispiel Wikidach. Ja, ich bin auch dort im Vorstand des Skillshare-EV. Wir haben die Wikidach in Schwerin durchgeführt. Die nächste findet in Mannheim statt. Wollte ich mal kurz sagen, was Wikidach ist? Wikidach ist eine Konferenz, beziehungsweise ein Barcamp. Danke, ich stand gerade auf der Leitung. Ein Barcamp für den deutschsprachigen Raum, nicht nur Wikipedia, natürlich auch die ganzen Schwesterprojekte. Und wir hatten, wie gesagt, die erste Wikidach im Schweriner Schloss. Dort hat der Landtag sich die Tore geöffnet. Und unter dem Schloss machen wir es nicht. Die nächste findet dieses Jahr in Mannheim. 17. bis 19. November findet in Mannheim dieses Schloss. Manchmal haben wir noch keinen Landtag, sondern eine Universität, die uns da großzügig vier Räume zur Verfügung stellt. So sieht es aus. Die haben nebeneinander liegen. Das war in Schwerin so schön, man musste da immer im Kreis laufen und seinen Raum suchen. Ja, das Schweriner Schloss leidet ein wenig darunter, dass es ein wenig unübersichtlich ist. Aber das sind natürlich Räume, die ihresgleichen suchen. Sehr repräsentativ. Sehr repräsentativ. Und wir hatten ja die Möglichkeit gehabt, das riesig aufzuziehen. Da ist es immer ein bisschen schwierig. Ich habe immer so erwartet, auch manchmal bin ich ein bisschen naiv, aber so nach dem Motto, hey, kommt doch in ein Schloss. Und dass einige Leute sagen, boah, wir können in den Landtag, wir können in ein Schloss, wir kriegen die Unterstützung da vom Landtag. Wir hätten ja Räumlichkeiten auch noch haben können. Es ist halt so, wenn man halt mit einem Landtag zusammenarbeitet, öffnen sich alle Türen, alle. Das ist unfassbar. Und es war einfach auch wirklich schwierig, dort die Unterstützung dafür zu sammeln. Und deswegen war das in einem sehr kleinen Rahmen, in einem etwas kleineren Rahmen, sagen wir es mal so rum. Also sehr kleines, übertrieben. Es waren etwa hoffentlich Leute. Ja, das ist ein sehr kleines, übertrieben. Das war ein sehr kleiner Rahmen. Ja, aber wir hatten schon noch ein bisschen mehr erhofft, aber egal. Und war aber produktiv, waren gute Vorträge, waren die Leute mit schönen Themen gekommen. Sehr abwechslungsreich. Das sind ja noch Themen entstanden dort. Das ist ja auch, das ist ja auch beim Barcamp so, dass im Laufe des Camps noch was entsteht. Und wir wollten halt auch, was wir halt eigentlich uns vorschwebte, ist viel stärker auch dann die Bevölkerung einbinden. Und da man ja, wir hatten so eine Mixed Area, die war gar nicht, das war gar nicht schlecht, diese Mixed Zone, die wir dann zum ersten Mal eingeführt haben, dass wir sozusagen, weil wir genau im Einwandsbereich des Museums auch waren. Und wir hatten eben einen Bereich vor der Einlasskontrolle oder vor dem Einlass in das eigentliche Barcamp, in dem aber auch die Barcamp-Teilnehmer gegessen haben und sich zusammen als waren. Und dort konnten dann die Museumsbesucher auch mal reinschnuppern und konnten zum Beispiel ein live, ein offenes Editieren sehen etc. pp. Also das gerade ausdehnen und gerade in Zusammenarbeit mit solchen Organisationen, wie gesagt. Das hat aber der Wikicon in Korn-Westheim gut funktioniert. Ja, die haben das übernommen. Das hat sich da wohl rumgesprochen. Das hat da wohl noch besser funktioniert. Das hat sich jetzt auch selber draufgekommen. Auf jeden Fall hat es da sehr gut funktioniert. Und ich habe jetzt auch gehört, dass es in seiner Zeit, als die Wikidach, war ja sehr lange schwanger. Ja. Seitdem sind wir, ich bin ja später dazu gestoßen, damit schwanger gegangen. Über ein Jahr war das, glaube ich, vielleicht sogar zwei, weil eben das eigentlich größer geplant war. Und es gab eben Bedenken, dass es so eine Konkurrenz zur Wikicon sein konnte. Wobei ich nicht verstehe, warum man das als Konkurrenz sehen muss. Ich meine, Wikimedia Deutschland hat wie viele Mitglieder, also wie viele Leute interessieren sich für sowas und warum können da nicht zwei Veranstaltungen im Jahr sein. Aber jetzt haben wir eben die Marke quasi, die Marken hergeändert. Nämlich Wikidach ist ein Barcamp. Es findet im kleineren Rahmen statt, 50, maximal 100, wenn er vertragen wäre. Die Wikicon jetzt auch schon, wie viele waren da, 1234 Leute oder sowas? Nee, waren nicht so viele. Keine Ahnung, waren viele, mehrere hundert. Ja, und ich bin ja sowieso ein großer Barcamp-Vertreter, weil man da wenig vorbereiten muss. Und dadurch, das ist für die Organisatoren viel einfacher, aber auch durch diesen offenen Rahmen viel mehr entstehen kann. Und dann auch Vorträge da reinkommen, die vielleicht bei einer Jury gar nicht durchgekommen wären. Ja, weil du, das ist ja immer dieses, der Präsentator muss dann nicht nur seine Zuhörer überzeugen, aber muss vorher eine Jury überzeugen. Das ist ein ganz anderer Skill. Ja, also überhaupt, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe, WMD hat 50.000 Mitglieder. Wir wollten ja auch dann vor der Wiki-Dach Mitglieder anschreiben über WMD, um vielleicht auch nur regional, einfach um denen zu sagen, guck mal, da findet was statt, kommt vorbei. Also ich sehe immer, die meisten sind zwar passiv mit Mitgliedern. Das hat nicht funktioniert. Das hat auch nicht funktioniert, nein, nein. Also die Zusammenarbeit hat mit WMD hat ja da nicht funktioniert. Ja, ich will es jetzt nicht, das ist jetzt auch ein paar Jährchen her, also wir haben dort Anträge, nicht nur einen geschrieben, wir haben die x-fach überarbeitet, kamen dann ständig, auch wieder danach, das müsste noch und jenes müsste noch. Und das ist natürlich dann alles zeitkritisch, als Ehrenamtlicher ist man kein Fulltime-Arbeiter. Also von daher, und da will ich jetzt gar nicht sagen, dass das da, das ist jetzt meine persönliche Sichtweise, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es da irgendwie eine Schuld gab oder sowas, aber es war schon ein bisschen seltsam, dass man dort als Konkurrenzveranstaltung immer gesehen wird und nicht als Ergänzung oder eben einfach sich mal freut, dass jemand was macht und einem ein Schloss präsentiert, einen Landtag öffnet. Ich meine, das wäre eine einmalige Gelegenheit gewesen, mal den NPD-Abgeordneten einen Popel auf ihren Sitz zu kleben. Also ich meine, wenn wir dann im Plenarsaal, den hätten wir, wenn wir das im größeren Rahmen gemacht hätten, auch haben können. Also das war durchaus im Rahmen des Möglichen. So einen Plenarsaal kriegt man nicht so ohne weiteres. Also das ist nicht, das ist nicht so, dass man da einfach mal so reinplatzen darf. Gut. Also das lernen wir daraus, kleine Schritte, schon Engagement, aber nicht so sehr verlassen, dass andere da mitziehen, sondern so viel machen, wie man selber machen kann und dann die Unterstützung freudig annehmen, die da ist. Und die ist diesmal auch wieder da. Wikimedia Deutschland, Wikimedia Österreich, Wikimedia Schweiz haben sich freundlicherweise bereit erklärt. Freundlich. Anreise, Abreise, die Unterkunft zu bezahlen. Freut mich. Ja. Also da haben wir auch etwas länger drüber gekämpft. Und auf Mannheim bin ich hier gekommen, weil ich mir die ICE-Karte aus der Wikimedia angeschaut habe. Und Mannheim ist einer der am besten erreichbaren Orte, auch ein Flughafen in der Nähe. Aber man kommt wirklich auch von der Schweiz aus Österreich und aus ganz Deutschland sehr gut hin. Und dadurch, dass ich aus dem Südwesten komme, weiß ich, dass der Mannheimer Bahnhof eben direkt nach München und damit auch weiter in Richtung Österreich und natürlich in die Schweiz, Basel geht. Und nach Norden sowieso, Frankfurt und dann auch von über Frankfurt dann weiter Erfurt, die neue Strecke, Hannover, Köln. Man kommt super hin, der Autobahn geht auch hin. Ich war vor ein paar Wochen da und habe gelernt, dass es Monnem heißt. Mannheim ist nicht so eine wahnsinnig schöne Stadt, aber das Schloss ist toll. Und das Schloss liegt ganz nahe auf dem ICE-Wahnhof. Das Schloss war abgebrannt und ist neu wieder aufgebaut worden. Und was mich beeindruckt hat, die Innenstadt, das ist ein Schachbrettgrundriss, völlig ebenen. Und ich dachte, ach du meine Güte und ging dann so durch und war dann aber überrascht, wie pittoresk das dann doch ist, wie viele billige Städtenkneipen es da gibt. Billig im Sinne von Preis. Es sind ja auch ein paar billige dabei. Ja, das ist ja auch so eine geplante Stadt. Den Fleischernamen, den Namen habe ich vergessen, aber dann nicht die Letchelsoße nehmen, die hat nicht geschmeckt. Das Fleisch war gut. Mannheim ist halt eine Fabrikstadt. Das muss man halt so. Genau, die sind reich geworden mit der Industrialisierung. Ja, mit der Industrialisierung. Im Badener Lied, das ist ja Baden, heißt auch in der dritten Strophe, in Karlsruhe ist die Residenz. In Mannheim die Fabrik und in Rastatt steht die Festung und das ist Badens Glück. Also das ist, da ist Mannheim dann sogar erwähnt als Fabrik. Das ist auch eine wunderschöne Gegend, eine Weingegend auf jeden Fall. Also da kommt man gar nicht umhin. Und ich freue mich schon sehr darauf, da hinzufahren. Und vorher ist auch noch ein, also es ist ja Zusammenarbeit mit der Universität, namentlich Dr. Eva Gredel, die auch schon im Podcast war, die ist sehr engagiert. Hat mich sehr gefreut, wie viel sie schon vorbereitet hat. Also da müssen wir gar nicht mehr so, so viel machen, Gott sei Dank. Aus der Ferne ist das immer ein bisschen schwierig. Nach Schwerin mussten wir halt zweimal hinfahren vorher in der Vorbereitung. Und das wäre mit Mannheim ein bisschen aufwendig. Klar. Das ist aber die Eva. Ich darf sie jetzt schon sogar schon duzen. Oh, du bist ja auch privilegiert. Ich bin ein bisschen voraus. Macht das ganz großartig. Und ja, das wird eine tolle Sache. Ach, sie organisiert ein Kolloquium vorher, von dem ich jetzt nicht weiß, wie es heißt. Aber das werde ich auch in den Shownotes schreiben und auch immer mal wieder erzählen, weil das auch sehr interessant klang. Für mich interessiert immer alles. Ja, ich freue mich sehr drauf auf das Barcamp. Ich denke, dass es attraktiv ist, nicht nur für Wikipedianer. Vielleicht gelingt es uns nochmal, auch nochmal ein bisschen die Umgebung ein bisschen anzusprechen. Also wie gesagt, ich bin immer so ein großer Freund, eben auch Einbindung von zum Beispiel den Mitgliedern. Also ich meine, wir haben, wenn wirklich WMDE 50.000 Mitglieder hat, die meisten sind zwar passive Mitglieder, aber auch die, das ist, ich verstehe das mal so, die, die, es gibt die, die ein bisschen ihre Zeit geben. Es gibt die Community natürlich, die ihre Zeit gibt. Es gibt auch die aktiven Mitglieder, die auch ihre Zeit geben, indem sie versuchen, die Strukturen dort zu unterstützen. Und dann gibt es die Partei, die geben zwar einfach nur Geld, aber das heißt ja nicht, dass sie kein Interesse haben an dem Thema. Das habe ich in Karl-Westheim auch erlebt, dass viele, die ich dort mal so auf dem Flur angesprochen habe, sagten, sie sind Mitglied und geben da irgendwie mindestens 12 Euro im Jahr, vielleicht auch mehr und wollten sich das jetzt einfach mal ansehen. Genau. Und ich denke auch, für die sollte man ein paar Angebote schaffen, einfach nur, um die auch mal abzuholen, um dem zu zeigen. Ich behaupte, da gibt es auch schlummernde Unterstützer im Sinne für die Community, wenn man sagt Autorengewinnung und, und, und. Weil Interesse ist ja schon mal da. Ja, und nach dem klassischen AIDA-Konzept sind wir ja schon dann nicht mehr bei Attention, sind wir ja schon bei Interest. Jetzt müssen wir noch Desire-Action aus. AIDA-Konzept, erzähl mir mehr. Attention, Interest. AIDA, Attention, Interest, Desire-Action, das ist ein Marketingkonzept zum Kaufen, also nach dem Motto Aufmerksamkeit, Erregen, Interesse, Begierde und dann die Action der Kauf. Also in dem Fall wäre das dann so, die Action dann die Artikelerstellung oder ich weiß es nicht. Da klumpen sich auch so viele Universitäten an der Gegend zusammen. Da ist ja noch Frankfurt und Heidelberg, ist ja nicht weit weg. Ja, und, und, und auch Karlsruhe, die Geburtsstätte von Semantik Media Wiki. Ja, der Geburtsort. Ja, ja. Ja, und wer auch immer von den Zuhörern jetzt eine Idee hat, wir werden nächste oder übernächste Woche einen Banner schalten für die Wiki Dach. Das müssen wir jetzt machen. Wer in der nächsten Schritt, die Seiten stehen schon, die Anmeldung ist schon an. Die Anmeldung besteht daraus, dass man sich in eine Liste einträgt und 10 Euro überweist. Das müssen wir machen, weil die Erfahrung lehrt, dass wenn man nicht so ein Obolus entrichtet, man sich nicht so verpflichtet fühlt, dann auch wirklich hinzukommen. Und wir müssen irgendwie planen. Vor allem das müssen wir mal dem essen. Das müssen wir halt wirklich kalkulieren. Das ist immer das Teuerste von allem. Das ist schwierig. Deswegen brauchen wir wirklich sichere Anmeldungen. Also Leute, meldet euch an. Wenn ihr Ideen habt, ihr könnt gerne mitmachen bei der Orga. Meldet euch einfach auf den Seiten in der Wikipedia, Wikipedia, Doppelpunkt Wikidach. Man kommt ja schon dahin. Und wir freuen uns sehr drauf. Ja. Wenn du König der Wikipedia wärst, was wäre dein erster Befehl? König der Wikipedia. Was wäre mein erster Befehl? Inklusion. Also wir lassen viel mehr Artikel zu. Also ich würde die Relevanzkriterien wären bei mir etwas anders. Würdest du die grundsätzlich abschaffen oder überarbeiten? Viel weiter fassen. Das wäre doch mal eine Arbeit für einen Wikipedia-Kongress. Nicht eine Konferenz, sondern ein Kongress. Wo man das vorbereitet, nicht beschließt, aber Beschlüsse vorbereitet. Ganz ehrlich, ohne mich, das ist mir dann doch zu stressig. Da muss ich ehrlicherweise gestehen, da werde ich wirklich rein. Stimmt, ich hätte dich auch gefragt, was du als König machen würdest. In die Hölle begebe ich mich nicht. Kannst du dich einfach auf den Balkon seines Schlosses stellen und sagen, Wikipedia, deine Relevanzkriterien. Die werden bei mir weitergefasst. Aber das ist jetzt eine persönliche Meinung. Darauf die hatte ich gefragt. Ja. Ich danke dir für dieses wahnsinnig spannende Gespräch. Ich danke dir. Du die Zeit genommen hast, noch gefunden hast, Zeit und Lust hattest, das zu tun. Ich danke dir für dein Engagement, dass du überhaupt so ein WG-Stammlisch ins Leben gerufen hast und ich muss sagen, wenn das jetzt wirklich eine Stunde war, ich habe gerade keine Uhr bei mir. Eine und eine Viertelstunde. Dann war das wirklich sehr kurzweilig, muss ich zugeben, dann ist die Stunde sehr schnell vergangen. Ja. Und wir hätten auch so viele andere Themen, über die wir sprechen könnten, aber die Leute wollen nicht mehr als eine Stunde hören. Können sie nicht am Stück hören, dann ist das ein Durchschnittswert. Ja. Man muss sich kurz fassen. Verflucht. Ja, deswegen habe ich auch mal dazwischen gegrätscht. Das tut mir ein bisschen leid, aber ich weiß, ich habe so ein bisschen schon das Gefühl für Dynamik gekriegt. Also für, wann muss die neue Frage kommen und habe damit auch eine gute Ausrede gefunden, warum ich Leuten ins Wort fallen kann. Ja, ich bin ja dann auch so ein Quatscher, ich höre dann gar nicht mehr auf. Ja, großartig. Besser als ich war egal. In diesem Sinne, danke. Danke. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020